So Leute, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Wir kommen hier nicht weiter. Dann gehen wir hier erstmal zum Goldenen Pilzhaus. Ich finde die Goldenen Pilzhäuser sowas von unnötig. Also, das glaubt ihr gar nicht. Sowas von unnötig. Geh weg, Toad. Ich kann nicht mal auf Toad springen. Was soll der Rotz? Ah, bla 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 bla. Gut, müssen wir nochmal den ganzen Umweg hier machen. Ja, ist ja toll. Ui, Ui, gegen die haben wir noch nie gekämpft. Boring. It's really, really, really boring. But really, really, really boring. So. Mit Vollblumen ist das natürlich absolut kein Problem, sagt er und fiel in die Schlucht. Das war ein schwarzer Bildschirm, den ich mit Lalas so ein bisschen überwunden habe. Sagen wir es mal so. Jetzt gehen wir ins Schloss, dass ich mit Fails überwinden werde. Oder auch nicht. Mit meinem Können natürlich. So, es wird. It's getting high in here. So get up all your clothes. I am. I am. Ich weiss gar nicht, kann ich dich treffen. Ich glaube, kommt die wieder. Ne, die kommt nicht wieder. Cool. Coole Sache eigentlich. Hier gibt es dann bestimmt auch... Ist es Kamek? Kermit der Frosch? Ist es Kermit der Frosch? Oder ist es Kamek? Ich glaube, es ist Kermit der Frosch. Ja, ist Iggy, der auf uns schiesst. Natürlich ist es Iggy mit seinem grünen Zauberstab. Er kann gerne meine Zauberflöte blasen. Nein, nein. So. Ne. Wo könnte hier denn ein Sternwünster versteckt sein? Kapellerpilz, wollen wir den? Ja komm, nehmen wir den gleich mal. Wenn der schon hier so angepriesen wird. Ah, deswegen wird er hier auch angepriesen. So, komm. Alte Falte, das war ein Fail. Na, das habe ich so nicht kommen sehen, um ehrlich zu sein. Ich dachte, ich habe früh genug geschwungen. Ah, nun gut. War ich halt ein bisschen zu langsam. Passiert ab und zu mal. Passiert schon mal. Jedem erfahren Newtaker Mario Bros. Wii-Spieler. Natürlich bin ich der Allerbeste. Also dem Allerbesten passiert das. Wie ihr seht, auch ab und zu mal. Ist natürlich ganz menschlich. Und ich bin halt leider noch ein Mensch. Aber das wird sich bald ändern. Denn dann steige ich zum Halbgott auf. Ja. So ist das. Ne, das ist überhaupt nicht arrogant. So, komm. Gut, jetzt haben wir ihn. Und dann ist es mir auch relativ schnuppe, dass wir uns hier triefen, triefen. Dass wir uns hier triefen ließen. Dass wir uns treffen ließen. Ähm, was denn hier? Ist hier denn eine Sternmünze? Oder sind hier wieder nur... Und, oh, jetzt bin ich einmal etwas dugekommen. Hier ist eine Sternmünze. Ich hab schon gedacht, hier sind vielleicht wieder nur ein paar geben oder so. Da kommt die Plattform nochmal. Ja, hier. So. Und. Weg da. Sehr gut. Das hat prima geklappt. Noch eine Münze und wir haben wieder 69 Münzen. Hihi. So. Holen wir uns die letzte Münze, um die 69 komplett zu kriegen? Nein, jetzt sind sie zig. Böser Mario. Ich hast sie 70 Münzen eingesammelt. Jetzt muss es zwei. Naja. Das passiert schon mal. Auch dem erfahrensten New Super Mario Bros. Wii-Spieler, wie mir zum Beispiel. Also ich bin halt der erfahrenste. Der erfahrenste der erfahrenen. So. Ich habe fast in die Glaube gefallen. Das wäre natürlich nicht ganz so schön gewesen. Aber wäre, 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 wäre. Wir sind hier nicht im Venland, sondern im Pilzkönigreich. Und. Komm, hol sie. Ja. Jetzt brauche ich die Münzen. Jetzt brauche ich die roten Münzen. Komm, hol sie hier. Komm hoch da. Hoch da. Nee, das reicht nie und nehmen. Nie und nehmen reibt das. Gut. Aber da ist der Mittelfwand. Sag ich. Immerhin haben wir den erreicht. So, jetzt mache ich auch ganz langsam. Ich mache ganz langsam. Ganz langsam und gemächlich. So. Und hier hoch. Oh, das war zu früh. Ja, Mann, ich hätte es noch locker retten können, aber. Da war ich ein bisschen zu blöd. Muss man einfach mal sagen. Ich war zu blöd. Hallo, Leute. Ich war einfach zu blöd. Habt ihr das verstanden? Ich war zu blöd. Ich schiebe mal meine Tastatur rein, damit ich nicht an sie komme, wenn ich meine Wiimote schüttle. Ist schon das öfter passiert. So, oh, jetzt wäre ich fast noch mal runtergefallen. Komm. So, okay. Jetzt warten, 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 warten. Und jetzt. So. Jetzt. Sehr gut. Die Sternen sind eigentlich auch nicht so das Problem. Aber, ja. An und Fürsix ist keine Sternen sind ein Problem. Wenn man so gut ist. Ja, wieso machst du die Sternenbattacke? Du merkst. Ah, mein Hals. Mein Hals tut mir leid. Unprofessionell, aber ich muss was trinken. Oh, tut mir leid. Mein Hals wäre fast gestorben. Der Arme. Puh, ähm. Ich habe ein Schlückchen Fanta genommen, ja. Schleichwerben for the win. Fanta, ähm. Erdbeere Kiwi Mix heißt die. So eine Special Edition schmeckt eigentlich ganz gut. Die normale Fanta mag ich eigentlich nicht. Die einzige Fanta, beziehungsweise Fanta Geschmäcker, beziehungsweise Sorten, die ich mag. Die allerbeste war Blut Orange, aber die gibt es nicht mehr. Wieder nicht der gleiche Fehler. Wieso gibt es Blut Orange nicht? Das war mit Abstand die beste Geschmacksrichtung. Also mit Abstand. Und dann, äh, Lemon oder Zitrone finde ich halt auch noch ganz gut. Aber sonst Fanta Orange, äh, Fanta Mango, äh, Fanta, äh, Fanta, was gibt es sonst so für Fanta? Weiß nicht. Fanta, Fanta. Ne, aber so Kiwi Mango, äh, was ist Kiwi Mango? Erdbeere Kiwi finde ich eigentlich ganz cool. Sieht auch rot aus. Ich dachte, es wäre nämlich Blut Orange und wäre wiedergekommen, deswegen habe ich es mir gekauft. Da habe ich festgestellt, das ist nicht Blut Orange und ich fand es trotzdem ganz nett. Der Iggy hat einen Kettenhund. Der Iggy hat ein Hündchen, das ihm hilft. Heieieieieieieiei. Ah. Großes Hündchen. Toll. Ganz toll. Hallo. Komm. So, jetzt. Mann, genau in seinen Schuss reingesprungen. Wieso? Der rollt nicht rum, oder? Was macht, was macht der Kettenhund? Okay. Okay. So, komm, nein. Da konnte er nochmal ausweichen, aber jetzt. Alter, hallo. Hey, da habe ich ihn getroffen. Eigentlich. Eigentlich habe ich ihn getroffen. Nein, nicht feuern. Nicht feuern. Nein. Wieso sterbe ich jedes Mal bei diesen Endgegnern? Oh, das gibt's doch nicht. So schwer ist das doch nicht. Wie stell dich mit den Ahnen? Wie ein Töpel. Fucker, du bist ein Töpel. Danke. Montet mich doch mal auf. So ein ganz kleines bisschen. Bisschen? Kommt schon. Ein einziges Mal könnt ihr mich doch aufnommen, nachdem ihr mich die ganze Zeit fertig macht. So. Wir den Pilz holen. Bumsi kabumsi. Ui, das klappt. Das war eine knappe Sache, das auch. So. Runter da. Runter da. Und lieber da. Und da holen wir uns noch die Feuerblume. Dann sind wir optimal. Oh, Propellerpitz. Ich weiß nicht, was der so bringt den Iggy. Aber nun gut. Wir haben ihn auf jeden Fall mal. Und besser als nichts. Immerhin können wir jetzt zwei Treffer aushalten. Das ist mir auf jeden Fall schon eine Menge wert. Auch, äh. Aber wenn Iggy allen für sich der reinste Sport ist. Gut. Schauen wir mal. Ja, aber ernsthaft. Ich finde den Bosskampf bis jetzt eigentlich den coolsten. Den originalsten und irgendwie coolsten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich finde ihn echt gut. Ja, okay. So hätte man den echt richtig leicht treffen können. Aber nun gut. So. Jetzt geht er in die andere Richtung. Wow. So. Und runter da. Bam. Zweite Treffer schon. Okay. Hier ausweichen. Hier ausweichen. Und ausweichen. So. Jetzt haben wir eigentlich schon die halbe Miete. So. Und jetzt haben wir die ganze Miete. Sehr gut. Also so schwer war das nicht. Aber ich fand die Idee ganz nett. Muss ich mal sagen. So, Moment. Mann, Mist. Mist. So wollte ich den Schlüssel aber nicht kriegen. Blöd, blöd, blöd. Ich habe ja mal ein Sternens in dieser Welt. Kann es sein? Ja, Bowser Junior. Hau einfach ab. Hau einfach ab. Geh mir weg. Geh mir vom Leib. Weg mit dir. Ja, weg. Hau ab. Tschüss. Und da fliegt er in die nächste Welt. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Du hast alle Sternenmünzen in Welt 5 gefunden. Sehr fein. Sehr fein ist das Ganze. Sehr fein. Und jetzt kommen wir zur nächsten Welt. Nämlich zur Bergwelt. Oder wie auch immer die heißt. Aber ich weiß noch mal wie der heißt. Irgendwas zweimal das gleiche. Boom Boom oder so. Boom Boom hieß der, glaube ich. Was? So, jetzt beenden wir den Part. Der Part war nicht so dolle. Vom Skill her, aber nun, gut was solls. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen, meine lieben Freunde. Bis dahin. Schönen Tag und tschiedelüüüüüüüü!